So, willkommen zurück bei Graf. Wir waren das letzte Mal ein bisschen unterwegs. Peter hat uns wieder geschrieben, wo wir noch überall hin können. Das ist auch alles richtig. Nun müssen wir eins nach dem anderen machen. Ich komme gar nicht so schnell hinterher, wie der Gute schreibt. Aber zerstören, jawohl. Ich habe uns jetzt erstmal noch ein bisschen Munition gemacht. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, da wir Level 14 sind, zu der Sternenwarte da nochmal hoch. Weil die mich wirklich interessiert hat. Da will ich noch wissen, was da so geht. Also fangen wir da jetzt erstmal hin und anhalten. Ich habe vergessen, den Spielsound ein bisschen leiser zu drehen. So. Ab jetzt dürfte wieder alles normal sein. Das Element X hier lassen wir erstmal liegen. Das hören wir uns später. Ich hoffe, man hat den Anfang jetzt so einigermaßen gut verstanden, obwohl ich gefahren bin. Und wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Ich habe nicht viel erzählt. Außer, dass wir jetzt da hinten nochmal zu der Sternenwarte fahren. Und ich will nämlich wissen, so jetzt, wo wir Level 14 sind und Astronaut. Hallo. Ich stehe doch mal nicht im Weg. Dann fahre ich dich auch nicht an. Würde ich da gerne reingehen. Weil die waren, glaube ich, irgendwas mit 14 bis 16 oder so. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Oh, hier ist auch noch eine Höhle. Hier waren wir auch noch nicht. 9 bis 11. Nee, da sind wir drüber. Nehmen wir jetzt nicht nochmal rein. Wir wollen jetzt ein bisschen vorwärts kommen hier. Genug getrödelt. Snapshot-Attack in 8 Tagen. Gut. So, jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr, wo wir sind. Wo das Ding ist. Da hinten ist es. Hallo? Oh, ich bin hier aus Versehen vor das Auto gelaufen. Ja, kein Problem. Wenn ich einen Buggy habe, fahre ich einfach drüber. So. Haustiere haben wir auch noch genug für mehr EP. Haben wir uns bei irgendeinem Mr. Vendroid, glaube ich, gekauft. So. Dann sind wir auch schon da. Schon. Aber wir müssen auch noch ein bisschen Holz fahren, glaube ich. Wo war denn hier der Eingang? Hier, ne? Ja, genau. Hier war auch der Torbogen, von dem Peter erzählt hat. So. Erstmal absteigen, würde ich sagen. Oh, Level 17 waren die hier. Na gut. Ah, diesmal machen wir auch ein bisschen mehr Schaden. Könnten schon mal vorgehen. Abbauen. Töten wir den ganzen Mist hier. Ich glaube, da stand ein großer hinten, ne? Wenn ich mich da richtig erinnere. Irgendwo da hinten. Oh, warum legt's denn? Auf jeden Fall ist hier noch irgendwas. Gute Nightkiller. Will den Schleim da gerne haben, aber... Die hängen da alle mit drin, ne? Ja, komm. Oh, wir hatten ja Level ab. Die stehen hier irgendwo alle hinter. Und alle brüllen so rum. Hallo, Ben. So, was gibt's denn hier noch Lustiges? Oh, Schrotgewehr-Munition. Dazu müssen wir auch ein Schrotgewehr haben. Aber erstmal den Schleim hier weg. Oh, die laufen einfach durch die Türen durch. Wenn die anderen da auch rauskommen. Auf jeden Fall können wir durchschießen. Wahrscheinlich ist hier alles noch ein bisschen beinig zu sein. Egal. Au! Oh, da hinten steht der Große. Oh, das da ist übrigens auch ein Boss. Oder? Gute Old Witcher. Ja, wir haben auf jeden Fall Punkte dafür bekommen. Ach, die Türen gehen auf, wenn man rangeht. Okay. So, jetzt natürlich auch. Wollen wir den Raum leer machen. Alles mitnehmen. So, wo ist der Schleim von hier? Hier oben. Oh, ich will den da hinten haben. Der ist ja riesig. Komm schon. Fall einfach um. Ich hoffe, hier kommt nicht gleich ein Schleim von der Seite. Oh, 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 bleib weg. Fall um. Da hängst du an der Treppe. Du hängst. Ja, doch gelaufen für dich. Oh, doch nicht. Laufpause. Komm zu mir. Schup. Was gibt's denn jetzt? Jetpack. Frei wie ein Vogel. Sehr schön. 120 pro Minute, na gut. Aber das soll uns ja nicht so wesentlich stören. Hier nehmen wir noch das Erz mit. Ich find die Location hier eigentlich ganz geil. Nicht so dieses triste Höhlen-Ding. Hallo. Bin hier zum Saubermachen. Das gilt auch für dich. Wow. Ihr werdet auch immer größer, hm? Ja, du bist Boss. Du hast einen Namen. Wow. Auf zu rollen. Fall um. Au. Au. Kurz mal heilen. Dann komm du auch noch. So. Aufräumen. Einsammeln. So. Sonst haben wir hier nichts. Das ist doch da. Nehmen wir auch noch mit. Und dann haben wir bald schon wieder Level Up. Das geht richtig gut ab hier. Oh, oh. Bleib schön weg. Bleib schön weg. Oh, wir sollten übrigens auch mal. Zack. Raus mit euch. Und besorgt mir mehr EP. Hi. Kannst du dich... Ja, ich kannst du dich schießen. Schön. Oh, hier ist so viel Erz. Und ich kann noch nicht wieder. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Tausende von Viechern. So. Wir bauen erst mal kurz ab. Schön wieder das Erz mit annehmen. Das packt hier alles noch so ein bisschen rum. Die hängen noch überall drin. Aber es ist nicht ganz so schlimm. So. Das nehmen wir auch mit. Oh. Das noch. Gut. Stopp. Geht doch. Wunderbar. Die Tür geht nicht auf. Haben wir hier wieder zwei Seitentüren. Wir kriegen schon mal Schrot-Munition. Oh Gott. Au. Au, au, au. Wow. Du Arsch. Kommt der da an mit Level 20 und haut uns einen rein? So. Hier könnten wir eigentlich schon wieder... Machen wir das? Ach komm. Ich weiß nicht, ob die hier drinnen stehen. Wo die hier drinnen stehen. Ist der... Ist das ein großer? Oh Kacke. Alles klar. Haben wir. Würde ich sagen. Und dann können wir jetzt erstmal hier drinnen in Ruhe abbauen. So, ich habe vorhin nicht auf die Aufnahmezeit geguckt. Ich werde mal einen kurzen Cut machen. Und dann hören wir uns gleich wieder. Äh, Moment. Wenn ich hier unten die Sicht habe. So. So, da sind wir wieder. Wir haben noch Zeit. Das ist alles schön. So. Knacken wir noch die Edelsteine weg. So. Ähm. Jetzt habe ich mich verdrückt. Wunderbar. Ähm. Ähm. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin vollkommen verwirrt gerade. Lasst euch davon nicht stören. Es geht weiter. Sehr schön. Checkpoint. Damit sind wir Astronaut 18. Und es geht weiter. Jetzt gucken wir noch hier drüben rein. Und wir gucken nicht hier drüben rein. Wir kriegen nämlich Besuch. Denk gar nicht dran. Hau ab. Oh Gott. Ich glaube, hier ist noch was an der Seite. Uh. Ja, da ist auch noch was. Oh nein. Oh 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 oh. Uh. Leben bekommen. Uh. Wir werden darauf zielen. Ah. Anstrengend hier. Richtig anstrengend. Da hinten ist schon wieder ein großer. Aber den müssen wir uns holen. Oh 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 oh. Nicht hier rein springen. Nein, 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 nein! Ach, der zielt automatisch, wenn wir einfach nur angreifen, okay. Oh Gott, ich weiß gar nicht, zu welcher Seite ich zuerst gucken soll. Stirb! Komm schon, fall um! Ich will doch nur Loot! Danke. Und da kommt nur Laubhause, wunderbar. So, automatischer Geschützturm, sehr schön. Waren wir jetzt hier schon drin? Ich bin grad... ja doch. Oh mein Gott. Riesiger Schleim. Oh, der schießt. Oh, wenn man in Bewegung bleibt, geht das. Oh Mann. Fall oben! Komm schon. Waren wir mal hier kurz noch das Erz mitnehmen? Oh. Oh. Was ist das denn? Sieht so anders aus als der normale Erz. Waren wir was geschossen? So, von vorne bestimmt Jackpot. Sehr schön. Dann haben wir auch gleich wieder Level Up. Geht gut vorwärts hier. Noch ein Jackpot. Level Up. Noch ein Jackpot. Alter! Alter! Richtig gut. Äh. Kann man hier durch? Nee. Okay. Alles klar. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Denk da nicht dran. Bleib einfach stehen. Komm nicht näher. Habe ich gewarnt. Oh, da ist ein anderes Monster. Brutal Bomber. Irgendwas sagt mir, dass er sich in die Luft jagt. Wenn wir ihm zu nahe kommen. Haben wir erst hier rum? Ist vielleicht sicherer, oder? Ich weiß es nicht. Ich höre überall nur Schreie. Stirb! Oh, Erz. Mitnehmen. Das sind nur drei Sachen. Die kann man schnell so abbauen. So. Oh. Das ganze ist jetzt übrigens... Moment, kann ich hier sprechen? Ja. Das ganze ist jetzt übrigens die Voraufnahme fürs Wochenende. Das heißt, äh. Ich werde zwar sehen, wenn er was kommentiert. Auch bei dir, Peter. Ich sehe das. Aber ich werde nicht antworten können. Ähm. Dadurch, dass ich so ein bisschen zeitlich eingeschränkt bin. Und äh. Ich denke immer spätestens Dienstag werde ich dann wieder soweit sein, dass ich antworten kann. So. Erstmal haben wir uns den da hinten, an dem wir wirklich gut rankommen. Oh. Was macht der denn da, der Tanz da? Ah. Hier kommen wir auch ran, das geht. Okay. In Bewegung bleiben. Mal schauen. Ja, was jetzt? Komm. Okay. Jetzt bist du dran. Haben wir dich auch. Ach hier. Ja. Wollen wir mal kurz den hier machen. Oh. Es scheint die letzte Tür zu sein. Oder die Tür in den nächsten großen Bereich. Das weiß ich nicht. Das spiel ist sau cool. So. Aber was uns hinter der Tür erwartet, gucken wir uns im nächsten Part an. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir werden nicht vergessen. Und äh. Tschüss. Für weiß nicht. Schauen. Mm. Ich liebe das. Wow. Das ist. Vielen Dank.